In dieser 45-minütigen Dokumentation über Lost Places stellt der Autor Marlon Baker vor, was viele Menschen fasziniert, solche Orte aufzusuchen. Auch stellt er Webseiten zum Thema vor, sowie viele filmische Beispiele aus der Szene, die sie seit einigen Jahren gebildet hat, samt eigenem Magazin. Außerdem stellt Benjamin Jaworski als Gast auf dieser DVD fünf Tipps rund um Lost Places vor. Andreas Plaut allgemeine Fototipps und M-Tutorials Equipment wird dem sich beeindruckende Aufnahmen von Lost Places machen lassen. Diese DVD gibt einen Einblick in das Thema und Hobby. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017